moin und herzlich willkommen unser heutiges thema ist anbieter für mailing lösung der markt der anbieter ist mittlerweile ziemlich groß und dadurch auch sehr unübersichtlich wichtig ist die verfügbarkeit und vor allem die skalierung der marketing lösung dies bedeutet dass das tool mit dir und deinen anforderungen mitwächst zusätzlich ist eine flexibilität bei den preisen und der vertragslaufzeit von vorteil das gute zuerst die allermeisten anbieter haben eine kostenlose testphase du kannst dich dort also anmelden und meist 30 tage lang den service kostenlos nutzen zusätzlich bezahlst du bei den meisten mailing lösung nach der anzahl der anbieter dies bedeutet dass du bei einem kleinen verteiler auch nur wenig bezahlen muss dieses berechnungsmodell ist in meinen augen fair kann aber auch später zu einem großen problem werden wenn du einen großen verteilers aber geringe conversions und oder niedrige warenkörbe zusätzlich sind noch white label zu erwähnen das bedeutet dass sich dann in deinen mails keine links zum anbieter befinden auch die cm und anderen automatisierungsmöglichkeiten bin ich ja bereits in kampagnenbeispielen eingegangen hier ist ein guter trend dass mittlerweile die meisten alle ihre anwendung bündeln und diese nicht alle extra in rechnung stellen sehr ähnlich sind die mailing anbieter auch in der erstellung der mail links die meisten nutzen einen drag and drop editor und verfahren nach dem what you see is what you get verfahren zusätzlich gehen manche lösung über die mail hinaus und bieten auch noch lösung für die webseite bei der bezahlung gibt es ebenfalls unterschiede entweder man bezahlt einen monatlichen tarif und kann bei umstellung auf die jährliche zahlung noch zwischen 10 bis 30 prozent sparen oder man kann auch prepay gut haben erwerben als letztes modell gibt es auch das pay as you go modell das bedeutet dass du nur dafür bezahlt was du auch wirklich nutzt auf jeden fall helfen dir die modelle gut dabei deine monatlichen und jährlichen kosten in der budgetrechnung auf der ausgaben seite zu planen weiterhin erfreulich ist dass mittlerweile die meisten anbieter eine sehr gute dokumentation hilfecenter oder auch videos und trainingsmöglichkeiten an bord haben dies war in der anfangszeit definitiv nicht so dies hilft dir dich schneller zurechtzufinden zusätzlich gibt es bei vielen ja auch noch die support funktion allerdings gibt es hier schon meist unterschiede bedenke bei internationalen anbietern ist der support häufig nur auf englisch und teilweise auch in anderen zeitzonen zusätzlich gibt es auch modelle wo anbieter support in rechnung stellen dies kenne ich allerdings meist nur in der funktion dass der technische support und auch lösungen speziell für dich entwickelt allerdings hat man dann hier meist stundensätze zwischen 100 bis 200 euro auf der anbieter seite gibt es natürlich auch die verschiedensten ausrichtungen es gibt die klassischen versandlösung andere anbieter legen einen starken fokus auf design wenn wiederum andere er bestimmte segmente abdecken diese spezialisieren sich dann auf automatisierung und deren auslöser oder sogar die erstellung und einlösung von coupons ein weiterer trend ist auch die hyperpersonalisierung das bedeutet dass der empfänger nicht nur mit dem vornamen angesprochen wird sondern ihm auch eine reihe von empfehlungen basierend auf seinen daten gemacht werden auch die verwaltung der verteiler und aussetzen von automatisierung ist um ein vielfaches einfacher geworden und somit weniger technisch dies hat den vorteil dass sich jetzt viel mehr leute das thema e mail das jetzt viel mehr leute das thema e mail marketing betreuen können auch die datenbanken und die ganzen informationen zu speichern werden immer leistungsstärker auch komponenten für künstliche intelligenz kommen hinzu hier geht es dann darum aufgrund der analyse und den öffnungsverhalten beispielsweise den bestmöglichen versandzeitpunkt für die einzelnen nutzer zu wählen worauf ihr achten solltet ist auf jeden fall das thema dsgv o die meisten unternehmen in der eu erfüllen alle voraussetzungen und haben auch eine gute dokumentation und auskunftsmöglichkeiten bei den anbietern aus nicht eu ländern sieht es häufig anders aus allerdings haben diese bereits auch die möglichkeit den ort der datenspeicherung innerhalb der eu zu wählen hier müsst ihr euch rat holen und abwiegen welche rechtlichen standards für euer unternehmen erfüllt sein müssen mittlerweile gibt es ja viele möglichkeiten um sich für ein mailing anbieter zu entscheiden nehmen den gängigen bewertungsplattformen wie trusted pilot oder trusted jobs empfehle ich euch auch auf jeden fall die umr reviews zusätzlich kannst du dich in deinem in deinem segment oder netzwerk austauschen besuche auch gerne messen zum thema e mail marketing gerade bei größeren und teuren entscheidungen macht es sinn einige referenzen anzufragen und sich mit diesen auszutauschen und auch der bereich der video vorstellung einzelner anbieter ist in den jahren gewachsen hier immer die bekanntesten anbieter dies wären rapid mail send in blue hubspot marketing hub mailchimp und clever reach ich persönlich habe lange mit seligen gearbeitet allerdings ist dies schon eine sehr teure und umfangreiche lösung welche sich für die meisten speziell zum start und testen wahrscheinlich nicht empfiehlt angefangen haben wir ganz früher mit clever reach und hier mit dem prepaid tarif gerade zum start und einem kleinen verteiler was optimal für uns mit immer größeren verteilern und vielen ansprüchen gegenüber den kampagnen haben wir uns dann mit einem zwischenstopp bei emasis für die lösung von seligen entschieden will mail sind habe ich auch schon einige kleinere projekte realisiert die lösung ist intuitiv und somit einfach zu bedienen und sieht einfach klasse aus neu hinzugekommen für ein projekt ist jetzt der anbieter sandy diese lösung funktioniert wir immer so ein ses und ist sehr kostengünstig die funktionen sind sehr einfach und übersichtlich am meisten stellen vielleicht jedoch noch für einige zu technisch am besten macht ihr euch einmal gedanken was die lösung unbedingt können soll und was die nice to have anforderungen sind dann könnt ihr einmal recherchen und feedback einholen um die anzahl der anbieter einzugrenzen und am ende testet die einfach kostenlos einige anbieter es ist auch kein problem dann dem export der listen später den dank dem export der listen später wieder den anbieter zu wechseln nur die einrichtung der kampagnen würde dann natürlich einiges an zeit beanspruchen viel erfolg bei der planung und auch bei den recherchen